Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Wir spielen ab heute auf 1.14.1. Die Patch-Notizen durchzugehen, das wird einfach sein. Es waren zu 60% Fehlerbehebungen, vielleicht sogar 70% und zu 20-30% waren es Texturanpassungen oder Änderungen oder Fehlerkorrekturen in Texturen. Okay, ähm, zum Beispiel wurde im Eisenerzblock, da war ein einziges Pixel falsch und das wurde korrigiert. Oder war es ein 1.14.1? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das einzig Nennenswerte ist das Lagerfeuer. Das hat eine neue, was macht das Hunde? Das hat eine kleine neue Funktion, das tanzt im Wasser, eine kleine neue Funktion bekommen. Nämlich kann es jetzt auch mit einem Feuerpfeil, also einem brennenden Pfeil, angezündet werden. Das ist das einzig Nennenswerte in 1.14.1. Ähm, ja. So. Sitzen die jetzt eigentlich? Wenn sie sitzen, könnte ich sie doch wegschieben. Also nach oben schieben. Die hatte ich nämlich letztens. Weil ich, ich will nicht, dass die hier unten sind. Das ist ein blöder Bug. Mittlerweile dürfte es doch auch wieder gehen, oder? Nein! Mist! Immer noch zu nah dran. Okay. Komm schon, Mau. Okay, also da, vielleicht muss ich direkt an die Treppe, aber ich wahrscheinlich werde das auch schon zu blöd sein. Ich werde sie einfach auf die Treppe hochschieben. Ich mache mir jetzt die Mühe. Äh, denn ich möchte nicht, dass die Katzen hier unten sind. So, komm schon, Mau. Na ja, fast. Mau, komm schon. Na ja, fast. Du darfst schon aufs Bett. So, und ich möchte die auch dann nicht frei rumlaufen lassen, sondern ich möchte wissen, ob die uns auch was geben, wenn sie auf dem Bett sitzen, aber eben sitzen und nicht frei rumlaufen. Ähm, genau. So. Kitty. Jetzt habe ich ein Problem mit dir. Ich muss dich nämlich irgendwie von der Wand wegkriegen. Okay, passt. Geschafft. Ich sehe auch gerade, wir sind in der Welt 30. Wir sollten ein Buch verzaubern. So, gleich geschafft. Haben wir gleich, Kitty. So. Nur noch hoch hier. Gleich haben wir es geschafft. So. Komm, Kitty. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Du gehst da jetzt nicht runter. Vergiss es. Schiebe ich dich halt aufs Bett. Ich höre ein Zombie. Ein Baby-Zombie. So. Da bleibst du jetzt. Und ich glaube, es ist ein Baby-ertrunkener. Bist du. Kein Huhn. Halt, warte. Ist das ein Enddorfbewohner-ertrunkener? Nein. Einfach nur ein normaler Ertrunkener. So. Alles in den Boden. Und wir sind wieder ganz voll. Sehr schön. So. So, was machen wir dann? Ich weiß es noch nicht. Ich höre noch einen. Vielleicht sind die unten im Keller. Aber die würde ich aufheben. Denn wir sind ja momentan komplett voll mit unserer Ausrüstung. Also brauchen wir keine Erfahrungspunkte im Moment. Aber das Buch möchte ich verzaubern. Wo haben wir Lapislazu? Hier. Neue Rezepte. Blaue Farbe. Wir haben kein Buch. Machen wir uns schnell eines. So. Ja. Ein Buch. Neue Rezepte. Lesepult. So, wir kriegen Flamme. Cool. So, ich glaube, wir haben... Nein, hier, oder? Ja, genau, hier. Haben wir schon. So, wo machen wir jetzt weiter? Wo machen wir jetzt weiter? Ich glaube... Wir... Oh, wir gehen schlafen. Nein, nein. So. Sie haben nichts gebracht. Okay. Naja. Vielleicht muss ich sie auch einfach nur kurz frei rumlaufen lassen, dann schlafen und dann wieder einfach hinsetzen. Das würde auch gehen. Ich glaube, das mache ich dann ab sofort immer. So, was machen wir heute? Mal sehen. Wir haben ja ein paar Sachen und ich würde es dem Zufall überlassen wollen, was wir heute machen. Und der Zufall sagt... Na, falsche Taste. Die 5! Die 5. Was ist die 5? 1, 2, 3, 4, 5. Die Försterei! Ja, cool! Dann haben wir schon länger nicht weitergemacht. Dann holen wir uns auch gleich Leuchtstein. Von unten. Den brauchen wir ja dort. Hier, nehmen wir die 64 mit. Lassen wir das dafür da. Das wird super. Und sorry für diejenigen von euch, die sich vielleicht auf eine Reise gefreut haben, aber... Ich lasse die Reise auch... Die Reise machen wir, wenn wir etwas Neues machen. Also, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das würde jetzt sofort eine Reise rechtfertigen. Klar, ich will Füchse haben, ich will Pandas haben. Ozelote weiß ich jetzt nicht, ob die aus dem Spiel entfernt worden sind. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Oder ob die einfach nur... Ach, ich schaffe. Oder ob die... Also, praktisch, ob sie komplett durch Katzen ersetzt wurden. Oder ob sie jetzt eine eigene Rasse geworden sind. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber, ähm... Klar, ich würde auch gerne... Pandas habe ich, glaube ich, schon gesagt. Würde ich gerne haben. Aber... Und Bambus und sowas würde ich auch gerne haben. Aber... Solange es wir nicht dringend brauchen oder so, können wir die Reisen dafür auch später machen. So, da haben wir Erde drin. Da haben wir irgendwelches Zeug... Oh, da haben wir sogar noch verzauberte Sachen drin. Das ist ja alles noch verzaubert. Ja, cool. So, für unseren First haben wir hier einen Wurftrank der Schwäche und einen goldenen Apfel. Das ist sehr gut, dass wir das schon vorbereitet haben. Ich glaube, die möchte ich auch gleich mitnehmen. Nur für den Fall. Ähm... Und dann Glowstone. So, hier fehlt hier ja noch einer. Und da drüben fehlten, glaube ich, noch alle. So. Geschafft. So, und Birken und Eichen. Die Eichen haben wir ja letztens abgeertet. Und deswegen sind da so wenige. Aber die Birken und die Eichen haben wir ja schon fertig. So, jetzt ist die Frage, wo ich als nächstes weitermache. Welche Pflanze ist das als nächstes? Wir könnten die Schwarzeichen machen. Ich weiß, die Schwarzeichen wollte ich hier da drüber machen. Und wisst ihr was? Ich glaube, genau das machen wir jetzt auch. Einfach nur, weil ich weiß, wo ich die platzieren möchte. Ich weiß... Ich habe mittlerweile komplett vergessen, was ich über den Birken platzieren wollte. Ich habe komplett vergessen, in welche Richtung ich was platzieren wollte. Ich glaube, Akazien hatten wir noch. Tropenbäume. Wobei ich Tropenbäume auch irgendwo oben machen wollte. und Fichten. Irgendwie so. Irgendwie so war das geplant. Und ich glaube, ich glaube, ich wollte die Fichten hier drüber machen. Und Akazien und Dschungelbäume, oder Tropenbäume, wollte ich übereinander machen. So als Symbolisierung. Ja, das eine ist doch... Savanne ist heiß, Dschungel ist Tropen scheiß. dass es irgendwie so verbunden ist. Und Eiche und Schwarz-Eiche ist halt verbunden. Und dann halt noch die Birke. Und das Letzte, was übrig bleibt, ist dann halt noch die Fichte. Wobei ich nicht weiß, ob ich die Fichte vielleicht so nach hinten mache. Wobei das ist eigentlich egal. Wenn wir irgendwann einen anderen Baum machen, müssen wir einfach nur alle Bäume hier abholzen. Und andere Setzlinge pflanzen. Und das auf diese Weise tauschen. Also das ist unglaublich einfach. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, einfach mal hier nach oben die Akazienbäume machen. Äh, die Schwarz-Eichen machen. Und das weiß ich aber noch nicht genau wie. Denn Schwarz-Eichen Schwarz-Eichen haben zweimal zwei. Das heißt, die haben hier einen Platz weniger. Also ich möchte natürlich auch hier diese drei. Jetzt machen wir jetzt mal vielleicht hier die Erde weg. So, denn da kommt Kies hin. Den muss ich erst mal holen. So, Kies. Den hätten wir, glaube ich, hier. Ja, viel ist das nicht mehr. Aber sollte noch für eine Weile reichen. Und wir können auch hier schon mal den Kies wegmachen. Das war zu weit, zu tief. Und dann machen wir das jetzt einfach nach vorne weg. Und dann machen wir das jetzt einfach nach vorne weg. Erst mal vielleicht hier hoch. Ich weiß auch noch nicht, wie weit wir müssten. Aber ich würde es gerne genauso weit machen, wie da. Das war dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Und drei. Das heißt, jetzt kommen wir erst mal. Vielleicht machen wir das doch erst mal so. So, das heißt, wir haben jetzt hier eins, zwei, drei. So, wobei, wobei, die haben wir ja hier schon. Die haben wir ja hier schon. Das heißt, wir hätten jetzt hier fünf, äh, drei, vier, fünf. Und dann kommt ein Weg. So, ein Weg. Dann haben wir wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kommt wieder ein Weg. So, das war jetzt das zweite. Wir haben, glaube ich, vier, oder? Ja, so, dann kommt jetzt der dritte. Das sind dann auch wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. So, fünf. Dann kommt wieder ein Weg. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann nochmal drei. Zwei. Den Bauer mache ich später weg. Drei. Dann nochmal drei. Eins. Zwei. Drei. Und dann nochmal drei. Eins. Zwei. Drei. So. Das ist eine Werkbank. Ach, das haben wir ja schon mal gefunden. Okay. So, äh, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ich werde das nochmal nachzählen. Und vielleicht auch mal da, wo wir nicht gut hoch oder runterkommen, werde ich vielleicht ein bisschen den Weg besser machen. So, genau. Passt. Okay, also. Wir haben hier drei. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Perfekt. Das müssten wir da drüben jetzt auch machen. Vielleicht hätte ich vorher nachzählen sollen. Aber egal. Oh, ich mag die Musik. Ich mag die. Oh. Wund mal. Habe ich schon wieder die... Ne, oder? Habe ich jetzt schon wieder die... Best Moments Musik drin? Ich dachte, die hätte ich rausgenommen. Hm. Naja. So. Hier machen wir das. Also hier haben wir eins, zwei, drei. Dann haben wir eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann kommt... Einer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann wieder einer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann wieder einer. Oh. Okay, das könnte leicht problematisch werden. Leicht. Leicht. Ich werde da vorne einfach mal nach ganz rechts gehen. Die waren ja hier. Jetzt gehe ich hier einfach mal nach rechts. Solange es geht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. So. 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 Ah, da komme ich noch nicht hin. Okay. Wo? Jetzt habe ich mich irgendwie ein bisschen erschöpft gerade. Da. Ein Zombie. So. Das war's mit dem Zombie. Kommt her. Kommt her. Sehr gut. So. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen verwirrt. Denn hier sieht es überhaupt nicht so aus, als würden wir irgendwie... ...auf den... ...zum Strand kommen. Hm. Naja, vielleicht kommt das noch. Ja, da kommt der. Der Strand. So, den Baum hier können wir gleich wegmachen. Der da oben kommt später weg. So. Jetzt kommen wir hier tatsächlich zum Strand. Und da würden wir rauskommen. Das heißt, wir würden hier tatsächlich ins Wasser reinkommen. Das ist ein bisschen blöd. Aber nur ein bisschen. Naja, machen wir jetzt erstmal hier alles weg. So, da unten ist der Hase. Hier kommt jetzt erstmal alles weg. Und dann sind wir weiter. Ah, okay. Diese Bäume möchte ich ja auch weghaben. So, ist das auch ein Baum oder ist das Erde? Das ist Erde, okay. Dann den Baum da. Oh. Wie komme ich denn hier jetzt am besten hin zu diesem Baum? Der hier kommt auch weg. Der hier kommt weg. Das könnte vielleicht sogar der sein, den ich weghaben möchte. Ähm, nö. Ich glaube nicht. Nein, das ist der, den ich eigentlich weghaben möchte. So. Oh, Stöcke. Seht ihr geil? Das finde ich toll. Das als Skelettpferd. Naja. So, das lassen wir mal ein bisschen weggehen. Oh, Apfel. Ist der eigentlich da oben oder was? Hä? Oder habe ich keinen Platz? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Das geht nicht. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe keine Platz mehr. Vielen Dank.